Der Golem Ein Roman von Gustav Meyrink aus dem Jahre 1916 Kapitel I Schlaf Das Mondlicht fällt auf das Fußende meines Bettes und liegt dort wie ein großer, heller, flacher Stein. Wenn der Vollmond in seiner Gestalt zu schrumpfen beginnt und seine rechte Seite fängt an zu verfallen, wie ein Gesicht, das dem Alter entgegengeht, zuerst an einer Wange Falten zeigt und dann abmagert, dann bemächtigt sich meiner um solche Zeit des Nachts eine trübe, qualvolle Unruhr. Ich schlafe nicht und wache nicht, und im Halbtraum vermischt sich in meiner Seele Erlebtes mit Gelesenem und Gehörtem, wie Ströme von verschiedener Farbe und Klarheit zusammenfließen. Ich hatte über das Leben des Buddha Gautama gelesen, ehe ich mich niedergelegt, und in tausend Spielarten zog der Satz immer wieder von vorne beginnend durch meinen Sinn. Eine Krähe flog zu einem Stein hin, der wie ein Stück Fett aussah und dachte, vielleicht ist hier etwas Wohlschmeckendes. Da nun die Krähe dort nichts Wohlschmeckendes fand, flog sie fort. Wie die Krähe, die sich dem Stein genähert, so verlassen wir, wir, die Versucher, den Asketen Gautama, da wir den Gefallen an ihm verloren haben. Und das Bild von dem Stein, der aussah wie ein Stück Fett, wächst ins Ungeheuerliche in meinem Hirn. Ich schreite durch ein ausgetrocknetes Flußbett und hebe glatte Kiesel auf. Graublaue, mit eingesprengtem, glitzernden Staub, über die ich nachgrüble und nachgrüble, und doch mit ihnen nichts anzufangen weiß. Dann Schwarze, mit schwefelgelben Flecken, wie die steingewordenen Versuche eines Kindes, plumpe, gesprengende Molche nachzubilden. Und ich will sie weit von mir werfen, diese Kiesel, doch immer fallen sie mir aus der Hand, und ich kann sie aus dem Bereich meiner Augen nicht bannen. Alle jene Steine, die je in meinem Leben eine Rolle gespielt, tauchen auf, rings um mich her. Manche quälen sich schwerfällig ab, sich aus dem Sande ans Licht emporzuarbeiten, wie große schieferfarbene Taschenkrebse, wenn die Flut zurückkommt. Und als wollten sie alles daran setzen, meine Blicke auf sich zu lenken, um mir Dinge von unendlicher Wichtigkeit zu sagen. Andere, erschöpft, fallen kraftlos zurück in ihre Löcher und geben es auf, je zu Worte zu kommen. Zuweilen fahre ich empor aus dem Dämmer dieser halben Träume und sehe für einen Augenblick wiederum den Mondschein auf dem gebauschten Fußhände meiner Decke liegen, wie einen großen, hellen, flachen Stein, um blind von neuem hinter meinem schwindenden Bewußtsein herzutappen, ruhelos nach jenem Stein suchend, der mich quält, der irgendwo verborgen im Schutte meiner Erinnerung liegen muß und aussieht wie ein Stück Fett. Eine Regenröhre muß einst neben ihm auf der Erde gemündet haben, male ich mir aus, stumpfwinklig abgebogen, die Ränder von Rost zerfressen, und trotzig will ich mir im Geiste ein solches Bild erzwingen, um meine aufgescheuchten Gedanken zu belügen und den Schlaf zu lullen. Es gelingt mir nicht. Immer wieder und immer wieder mit alberner Beharrlichkeit behauptet eine eigensinnige Stimme in meinem Inneren, unermüdlich wie ein Fensterladen, den der Wind in regelmäßigen Zwischenräumen an die Mauer schlagen läßt, es sei das ganz anders, das sei gar nicht der Stein, der wie Fett aussehe, und es ist von der Stimme nicht loszukommen. Wenn ich hundertmal einwende, alles das sei doch ganz lebensächlich, so schweigt sie wohl eine kleine Weile, macht aber dann unvermerkt wieder auf und beginnt hartnäckig von neuem. Gut, gut, schon recht, es ist aber doch nicht der Stein, der wie ein Stück Fett aussieht. Langsam beginnt sich meiner, ein unerträgliches Gefühl von Hilflosigkeit zu bemächtigen. Wie es weitergekommen ist, weiß ich nicht. Habe ich freiwillig jeden Widerstand aufgegeben, oder haben sie mich überwältigt und geknebelt, meine Gedanken? Ich weiß nur, mein Körper liegt schlafend im Bett, und meine Sinne sind losgetrennt und nicht mehr an ihn gebunden. Wer ist jetzt ich, will ich plötzlich fragen, und da besinne ich mich, daß ich doch kein Organ mehr besitze, mit dem ich Fragen stellen könnte. Dann fürchte ich, die dumme Stimme werde wieder aufwachen und von neuem das endlose Verhör über den Stein und das Fett beginnen. Und so wende ich mich ab.